Hallo, ich bin Herbert Herrmann, der Häuserspezialist des Echterdingen. Ich bin heute in Weiblingen in der Gehrockstraße. Da gibt es in einem 2-4-6-Familiehaus eine Wohnung im Erste Obergeschoss mit circa 100 Quadratmetern und einem gigantischen Südbalkon. Die gucken wir uns jetzt mal miteinander an. So, dann gehen wir da jetzt mal hin, da ist der Bartisch hier. So sieht es da drumherum aus. So, dann gehen wir da jetzt mal rein. Da ist die Tür schon offen. Dann gehen wir da gleich mal rein. Jetzt haben wir hier auf der Seite die Garderobe und gleich links davon, ha, da ist ein Gästeörtchen. Ich gleich wieder. Also, nun kommen wir rein. Jetzt auf der linke Seite viel Holz. Jetzt raus. Ja, möglicherweise kann man das ja wegmachen. Dann geht es raus hier in den S-Bereich mit einem sehr schönen Balkettboden. Und dahinter, da ist ein Balkon. Mal raus gucken. Ja, da sieht man die Form aus. Und das ist ja so ziemlich alles, was man jetzt hört. Mehr gibt es da nicht an Geräuschen. Fassade gut gedimmt. Sieht man auch am Wärmewert. So, dann gehen wir da rein. Also, S-Bereich. Fenster. Sind isolierverglast. Massive Kunststofffenster. So, und hier ist die Küche. Das könnte man möglicherweise auch aufmachen, damit es hier ein bisschen mehr Raum gibt. Küche mit Fenster. Grundlegend alles drin. Auch moderne Elektrogeräte. Ist halt vom Design her. Ja. Oh, Bestabzug. Auch hier. Fenster. Da braucht man so gar nichts dran machen. Ist eigentlich ein Holzdesign, wenn man es mag, ist das hübsch. Da verbirgt sich ein, und der Kühlschrank dahinter, klar. So. 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 Ein Blick nach der anderen Seite, da sind wir hergekommen. Das ist noch hier, wenn man das anguckt, Fensterfront. Über die ganze Breite. Und es ist Süden, ich meine, nicht ganz so schlecht und dann, wenn man die Fenster alles Kunststoff aus Braun in Weiß, die ganze Front, Kunststofffenster und die Heizung unter den Fenstern drunter. Mal einen Blick von hier übernehmen. So, da ist dann der Liesche. Das könnte... Nein. Ich gehe mal raus auf dem Balkon. Ist jetzt heute nicht das optimale Wetter. Aber es ist wohl drei Leer. Und das ist ein echter Lebensraum. Mit einer Marquise über die ganze Länge. Und die Marquise sind elektrisch. Und sie ist in einem super Zustand. Schau mal, hast du total abgeschottet gegen den Nachbarn. Das sind die Nachbarn. Jetzt kann man von hier aus... Wir sind ja von hier aus dem Wohnzimmer gekommen. Jetzt kann man da geradeaus rüber ins Schlafzimmer. Aber da kommen wir von der anderen Seite her. Wir gehen jetzt wieder rein. Und da haben wir ein Paikett. Und oben ist an der Kassettendecke. Die kann man lassen oder weiß pigmentieren. Dann gehen wir da rüber. Das kennen wir schon. Hier sind wir reingekommen. Dann geht es zu dem S-Bereich. Und jetzt da durch. Einmal links wieder. Ein Zimmer. Schlafzimmer. Mit einem eingebauten Schrank. Einmal ein bisschen besser. Und Fenster. Mit Wein im Sonne. Drehen wir das mal kurz rum. Hier sind wir hergekommen. Dann geht es hier weiter ins Bad. Bad hat eine Badewanne. Schönes, großes Waschelement. Alles gefließt. Und eine Kristallglasdusche. Und hier noch ein Witzel drunter. Fenster kommen wir. Auch wieder. Kunststofffenster. Nehmen wir aber dann aus. Also nochmal einen Blick zurück. Alles hell. Und dann geht es weiter in das zweite Schlafzimmer. Hier haben wir noch einen Einbauschrank. Wenn man das anguckt. Das ist hier in dem Flur. 40 cm tiefer Schrank. Ganz praktisch. Das ist hier in dem Flur. Und das ist jetzt das Schlafzimmer. Nummer 2. Das hat dann da vorne rechts den Balkonzug an. Da geht es auch an den Balkon. So. Und da waren wir ja gerade eben schon. So. Mal gucken. Sind wir an sich. so. So. Roter Rückplatz. Hier nochmal einen Blick ins Bad. Dann da vorne. Das ist das Schlafzimmer Nummer 1. Mit dem Einbauschrank drin. Und da unter dem Fenster da vorne. Da ist ein Stellplatz. der gehört zur Wohnung. Da unten. Allein schwenken hier. Gehts zurück. Links ins Wohnzimmer. Auf der anderen Seite rüber. Essbereich Küche. Dann sind wir auch schon durch. Oh. Mal kurz gucken. Da gibt es so. Der Schlafzimmer. Der ist alles gekleidet. Und dahinten ist die Lenktrik drin. Mit Schutzschalter für das Bad dahinten. Wenn Ihnen die Wohnung fällt, dann holen Sie das. Dann habe ich unten wieder meine Kontaktdaten, E-Mail und Telefon. Oder WhatsApp. Ja. Schicke Sie mir eine Nachricht. Dann machen wir einen Termin aus für eine Ortsbegehung live. Bis dahin.